Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns freien Wählern hier im Bayerischen Landtag, in dem es heute seit gefühlt sehr langer Zeit mal wieder um eine Frage geht, die in meiner Heimatregion spielt, wahrscheinlich deshalb, weil der Sachverhalt dort stattfindet. Der Holger aus Gersthofen im Landkreis Augsburg hat mir geschrieben, weil er wahrgenommen hat, dass es am zurückliegenden Wochenende, so war das im Bayerischen Fernsehen Bericht erstattet, wieder Auseinandersetzungen gab um die Erweiterungspläne des Lechstahlwerks, also Streit zwischen Naturschützern auf der einen Seite und einem großen Arbeitgeber in der Region auf der anderen Seite. Und jetzt schreibt mir der Holger, die Sache war doch eigentlich schon durch. Was ist denn da jetzt schon wieder los? Erklär doch mal, worüber du dich im Fernsehen so aufgeregt hast. Ja, lieber Holger, das erkläre ich in der Tat gerne und vielleicht von unseren Zuschauern außerhalb unserer gemeinsamen Heimatregion zunächst ein bisschen eingefasst. Worum geht es denn da überhaupt? Es geht darum, dass das Lechstahlwerk, das einzige Stahlwerk in Bayern, den Plan hat, sich zu erweitern. Zu erweitern neben der Werksfläche am Standort in Meitingen-Herbertshofen. Und neben dieser Werksfläche, da befindet sich derzeit ein Wald. Und deshalb gab es in der Vergangenheit, als diese Erweiterungspläne zum ersten Mal publik geworden sind, schon einen relativ breiten öffentlichen Diskurs zwischen Naturschützern, Anwohnern auf der einen Seite und der Werksleitung, die gerne erweitern möchte, auf der anderen Seite. Am Ende des Tages haben wir da jetzt über viele, viele Jahre und deshalb dein Eindruck, Holger, den ich teile, das war doch eigentlich schon durch einen, wie ich finde, sehr guten Kompromiss gefunden, der die berechtigten Anliegen von Ökologie auf der einen Seite und Ökonomie auf der anderen Seite aus meiner Sicht, aber auch aus Sicht des Marktgemeinderats in Meitingen, des Landkreises Augsburg, der Regierung von Schwaben und des Bayerischen Landtags, der sich auch zu zwei Petitionen damit befasst hat, bestmöglich unter einen Hut bekommt. Was haben wir gemacht? Es gab einen Scoping-Termin auf meine Einladung hin vor Ort mit den örtlichen Bürgerinitiativen, Vertretern des Naturschutzes, Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, den Vertretern des Lechstahlwerks, den Betriebsräten der Geschäftsleitung. Es gab einen weiteren Termin hier in München im Landtag mit den Bürgerinitiativen und dem Bayerischen Umweltminister. Und am Ende des Tages haben wir nach langen Diskussionen einen sogenannten städtebaulichen Vertrag auf den Weg gebracht, in dem sozusagen ein Kompromiss in Rechtsform, wenn man so möchte, gegossen worden ist. Ein Kompromiss, der logischerweise, dass die Natur eines Kompromisses weder die Werksleitung so richtig zufrieden macht, noch die Naturschützer ganz zufrieden machen kann. Meines Erachtens ein klares Zeichen dafür, dass wir das so schlecht nicht gemacht haben, dass sich Politik, die nun einmal den Auftrag hat, zwischen allen berechtigten Interessen bestmöglich vermitteln zu müssen, nicht auf die Seite des Stahlwerks oder des Naturschutzes geschlagen hat, sondern schlicht versucht hat, da das Beste für die Region rauszuholen. Wie sieht der Kompromiss aus? Der Kompromiss sieht so aus, dass es zwar eine Werkserweiterung geben kann, da sollen in diesen schwierigen Zeiten, Energiekrise, 300 neue Arbeitsplätze entstehen, dass aber trotzdem auch den Belangen des Naturschutzes Rechnung getragen wird, sodass am Ende der Maßnahme vor Ort mehr Wald und ökologisch hochwertigerer Wald sein wird als heutzutage. Wir haben dann in ganz, ganz vielen Paragrafen, sind insgesamt 4000 Seiten, diese Umsetzung in Gesetzes- und Vertragsform gebracht, beispielsweise normiert, dass zunächst der neue Wald angepflanzt werden muss und dann erst Zug um Zug kleine Teile des Bestandswaldes gerodet werden können, sodass also kein Nachteil für den Natur- und für den Anwohnerschutz entsteht und noch ein paar Dinge mehr da rein definiert von Luftgütemessung über Lärmschutzwirkungen und vieles dergleichen mehr. Es gab dann eine Anhörung der Träger öffentlicher Belange, wie das so üblich ist, alle Stellungnahmen sind in den Gremien gehört worden und dann ist entsprechend Beschluss gefasst worden, sowohl im Landtag als auch im örtlichen Gremium jeweils einstimmig, mit Ausnahme der Stimmen der Grünen, sodass wir wirklich guter Dinge waren, jetzt diesen Kompromiss endlich auf dem Weg zu haben und so richtig guter Dinge, Holger, waren wir, als wir dann gesehen haben, jawohl, die Vertragspartner, die halten sich auch an das, was wir miteinander vereinbart haben. Das Lech-Stahlwerk ist nämlich in Vorleistung gegangen, hat, obwohl noch keine Werkserweiterung stattfindet, ist ja gerade eh schwierig in der wirtschaftlichen Lage, bereits 23 Hektar neuen Wald angepflanzt, hat die vereinbarten Naturschutzmaßnahmen durchgeführt und jetzt hat eben, und das war die Action des Wochenendes, die Regierung von Schwaben grünes Licht gegeben und gesagt, okay, die Stahlwerker haben ihren Teil der Vereinbarung erfüllt, es gibt jetzt 23 Hektar neuen Wald und es gibt entsprechend die Umsetzung der Naturschutz- und artenschutzrechtlichen Maßnahmen, deshalb gibt es jetzt im Gegenzug das Recht, 5,6 Hektar an Baufläche frei zu machen, also 23 Hektar neuer Wald, 5,6 Hektar jetzt freigemacht für die Werkserweiterung. Alles so, wie das immer miteinander besprochen war, der Zeitpunkt Oktober war derjenige, den der Naturschutz sich gewünscht hat, deshalb, weil das für die Fledermäuse am besten ist, das im Oktober zu machen, sodass es jetzt losgegangen ist, es gab also diese Rodungen. Zu den Rodungen kam jetzt allerdings wieder, und jetzt kommen wir zu dem, was mich aufgeregt hat, Holger, das Augsburger Klima-Camp nach Herbertshofen, es gibt jetzt eine Klage, die anhängig ist beim Bayerischen Verwaltungsgericht auf Normenkontrolle vom Bund Naturschutz und dem Augsburger Klima-Camp und das ist ehrlicherweise das, was mich jetzt ein bisschen ärgert, denn wenn man vorher etwas miteinander vereinbart und einen, wie ich finde, guten Kompromiss findet, dann muss der am Ende des Tages halt auch für alle gelten, wir leben nicht in der Anarchie des Augsburger Klima-Camps, sondern am Ende des Tages leben wir glücklicherweise schon noch in einem Rechtsstaat und in einem Rechtsstaat gilt Pacta-Sun-Savanda-Verträge sind einzuhalten, eben nicht nur von der vermeintlich bösen Werksleitung, die einer der größten Arbeitgeber der Region ist und mit der im Gewerbesteuern wir Schulen bauen und Kindergärten bauen und vieles mehr in der Region, sondern Verträge müssen auch eingehalten werden von selbsternannten Klimarebellen und deshalb finde ich es irgendwie bedenklich und das habe ich auch im BR gesagt, wenn man sich dann als Unternehmen in unserer Heimatholga quasi eines Polizeischutz bedienen muss, um das umsetzen zu können, was man vertraglich ausverhandelt hat, wofür man schon in Vorleistung gegangen ist und was einem rechtlich unzweifelhaft zusteht. Und deshalb habe ich das auch deutlich gesagt, ich war jemand, der sich nie auf eine Seite geschlagen hat, weder für Stahlwerk noch für den Naturschutz. Ich meine, wir haben mit dem, was wir mit dieser Linie ausverhandelt haben, mehr für den Natur- und Artenschutz getan, als das gesamte Augsburger Klimacamp je zusammen und ich hätte mich gefreut, wenn der Naturschutz sich jetzt auch mit gefreut hätte und gesagt hätte, toll, was wir da erreicht haben, aber jetzt gegen das zu klagen, was wir miteinander ausgemacht haben, das glaube ich, ist schon mehr als bedenklich und deshalb hat es mich geärgert, dass man da diese ganze Debatte jetzt quasi wieder von vorne beginnen lässt und jetzt so tut, als wäre das alles vom Himmel gefallen und wären da jetzt in irgendeiner Nacht- und Nebelaktion so war es formuliert, irgendwelche Bäume zu Unrecht gefällt worden. Nein, das ist genau das, was wir im städtebaulichen Vertrag miteinander vereinbart haben, genehmigt von der Regierung von Schwaben, die gesagt hat, jawohl, artenschutzrechtliche Maßnahmen und Neuampflanzung ist so über die Bühne gegangen, wie das miteinander ausgemacht war. Und deshalb glaube ich, auch mit Blick auf die Klage, lieber Holger, dass sich der Naturschutz da schon einmal fragen lassen muss, weshalb er ausgerechnet für weniger Wald statt für mehr Wald klagt und weshalb er sich ausgerechnet dafür engagiert, wenn es denn wirklich um das Klima ginge, das Stahl, den wir so dringend brauchen für alle Lebensbereiche, auch für grüne Lastenräder, etwas zugespitzt gesagt, mit Augenzwinkern, dass dieser Stahl nicht in Herbertshofen dort produziert wird, wo es höhere Umweltauflagen gibt, da ist überall anders auf diesem Erdball, sondern dann halt, wenn es am Standort nicht mehr möglich ist, irgendwo anders, wo Umweltschutz keine Rolle spielt. Das glaube ich, wird sich auf das gleiche Weltklima auswirken wie hier bei uns vor Ort. Und zum anderen glaube ich, ist es jetzt schon klar in dieser Gas- und Energiekrise, dass es uns nicht guttun wird, wenn wir beim Stahl dieselbe Abhängigkeit von Asien schaffen, wie wir sie derzeit schmerzlich erleben bei der Abhängigkeit beim Gas von Russland. Und deshalb packt das unser Wander. Dafür werbe ich. Nicht zum Pressesprecher des Stahlwerks sich machen, aber auch nicht zum Pressesprecher des Naturschutzes, sondern sich an das halten, was wir als guten Kompromiss gefunden haben. Und nichts anderes ist jetzt entsprechend in die Umsetzung gegangen. Das, lieber Holger, zu deiner Frage als Beschreibung. Also ehrlicherweise viel Lärm um nichts, einen Sturm im Wasser, klar sei es Aufregung, um etwas, was eigentlich schon seit einem Jahr vertraglich miteinander ausgemacht ist. Und darum jetzt noch etwas Politshow des Augsburger Klimacamps. Schade, dass die Bürgerinitiativen sich vor Ort, das sei noch gesagt, daher zu sehr vor den Kahn sparen lassen von Klimacamp und Co. Denn ich habe die ganz anders erlebt. In den Verhandlungen vor Ort haben die sich mit einer unheimlichen Expertise und mit wahnsinnig viel Engagement eingebracht. Und denen verdanken wir es eigentlich, dass wir in den Verhandlungen so viel mehr rausholen konnten für Artenschutz und für Naturschutz als rechtlich eigentlich notwendig gewesen wäre, aus Sicht der Max-Eicher-Gruppe. Und deshalb ist es schade, dass man sich jetzt nicht an diesem Erfolg gemeinsam freut, sondern dass man sich da jetzt vor den Karren vom Klimacamp spannen lässt und so tut, als wäre jetzt irgendwas da ganz schräg gelaufen. Das ist schlicht nicht der Fall. Und deshalb, Holger, bin ich auch dankbar für die Frage, um das noch einmal für die Menschen in unserer Heimat, aber auch in ganz Bayern, weil es jetzt landesweit bedichterstattet war, ein bisschen aufklären zu können. So viel also, Holger, zu deiner Frage. Und wenn ihr auch eine Frage habt, dann macht es wie immer, postet sie unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail. Dann geht es nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn ich mich wieder aus dem Bayerischen Landtag melde. Uns heißt Frag Fabian.